Wir stehen hier vor dem Regal, in dem man sich die Energiesparboxen ausleihen kann oder auch Literatur zum Thema Klimaschutz und Energiesparen. Wie ist das denn, wenn jetzt eine Person kommt und sich beispielsweise die Box für richtig Lüften ausleihen möchte? Wie funktioniert die Ausleihe hier überhaupt? Wenn man eine Mitgliedschaft hat und bei uns Mitglied ist und Ausweis hat, ist kein Problem. Aber sonst, wenn die vorbeikommen, bekommen sie sofort einen Ausweis und können gleich ausleihen und mitnehmen. Und was kostet das im Jahr, so einen Ausweis hier in der Ratsbücherei? Ja, es kostet 22 Euro, jährlich 17 Euro. Diese haben wir auch ermäßigten Ausweis, das kostet dann weniger, dann 14 Euro jährlich. Und für wie lange kann man sich diese Energiesparboxen ausleihen? Die sind für drei Wochen ausleihbar, genau. Wenn man möchte, kann man noch einmal dann verlängern. Super, ja, vielen Dank Ihnen. Gerne.